Hallo, ich bin hier in Oberkirch am Bayerischen Weißensee. Nachdem es mit dem Plan nichts geworden ist, war es noch zu ungemütlich und halb abgelassen. Jetzt habe ich auf dem Weißensee gewechselt. Schauen wir uns den mal an. Wir sind gut reingekommen. Mit wasserdichter Kleidung tun wir es viel einfacher. Dann wird gleich Alarm gegeben. Klaus Woutig ist auf dem See. Klaus Woutig Sieht so aus, als hätte man da ein Haubentaucherpärchen. Wie es ausschaut scheint es einem Weißensee Biber zu geben. Weil hier ist eindeutig ein Fressplatz von einem Biber. So, in den Schilfpuff fahren wir es mal nicht rein. So, das ist schon das obere Ende vom Weißensee. Der ist tatsächlich so klein, wie er auch ausgeschaut hat auf der Karte. Klaus Woutig Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also was für ein Wurf, vom Fußweg über den Felsen genau dahin gezählt, sagenhaft, Respekt. So, aber hier wäre der Fußweg scheinbar etwas gefährlicher, da darf man nicht stehen bleiben. Da hat man ein bisschen Abstand, nicht dass wirklich ein Brocken ins Wasser knallt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.